Wenn du Seidchen mit Kurznanten ausführst und den Satz beendest, sobald du nicht mehr bis ganz nach oben kommst, dann lässt du dir definitiv Gains auf der Strecke. Seidchen mit Kurznanten ist eine supergeile Übung, wenn du sie richtig machst und bis ans komplette Versagen trainierst. Denn hier oben herrscht der größte Widerstand. Das heißt, in einer Position, wo die Muskulatur voll verkürzt ist, ist das Gewicht quasi am schwersten. Das ist gewichtig, aber der Widerstand. Damit du jetzt alles aus deiner seitlichen Schultermuskulatur herausfindest, bietet es sich an, Partialwiederholungen auszuführen bis ans komplette Muskelversagen. Das bedeutet nicht Wiederholungen mit Schwung, sondern Partialwiederholungen, die genau so kontrolliert sind wie die Wiederholungen zuvor. So kannst du deinen seitlichen Schulter bis ans Muskelversagen trainieren und setzt einen richtig guten Stimme los.